Der Frühling, der ist was Tolles, da fallen dann doch so viele Sachen ein, die man gerne machen möchte. Oder mal wieder eine schöne Radtour mit anschließendem Picknick oder einfach die Sonne auf der Terrasse genießen oder draußen einfach im Garten ein bisschen was machen, ja, Büsche pflanzen oder einfach den Tag nur in der Sonne genießen. Ja, wie wäre es denn mit Hausarbeit bzw. Fenster putzen und Staubsaugen? Ja, das gehört auch zum Frühling dazu, der Frühjahrsputz. Ich weiß, jetzt werden Sie sagen, Mensch, die Kosch, die hat uns gerade so schöne Bilder gezaubert und jetzt kommt die mit Hausarbeit. Ja, das muss gemacht werden, aber demnächst nicht mehr von Ihnen, sondern von einem kleinen Roboter. Ja, und den hat Kathi uns mitgebracht bzw. gleich zwei Stück, einmal fürs Fenster und einmal für den Fußboden, stimmt's? Genau, damit Sie Ihre Hausarbeit quasi ganz entspannt machen lassen. Ja, das ist nämlich das Zauberwort. Heutzutage gibt es ja Roboter, die das für einen erledigen. Sei es jetzt die Reinigung des Fußbodens, also das Staubsaugen oder sogar das Wischen oder dann natürlich auch das Fenster putzen. Das wird erledigt. Und gerade wenn es um das Staubsaugen geht, da haben wir zwei Modelle für Sie. Staubsaugerroboter. Hier das erste Modell und das ist ganz neu bei uns im Programm. Sensationell das Ganze hier mit einer Wahnsinns-Technik, die wir hier haben. Für 85,41 Euro. Ich habe noch nie so ein günstiges Modell von einem Staubsaugerroboter gesehen. Und den setzt man einfach auf den Boden und dann fährt er los und reinigt hier den Boden perfekt ab. Und das macht er wirklich sehr, sehr gründlich mit diesen zwei Bürstchen, die wir hier haben. Super praktisch das Ganze, fährt er über den Boden. Und Sie sehen, auch wenn mal so eine Stufe kommt, das macht dem überhaupt nichts. Das erkennt er mit Sensortechnik, ganz, ganz einfach. Also wird hier perfekt dann auch wieder weitergeleitet. Er kennt natürlich auch so Hindernisse wie eine Wand oder mal eine Blumenvase, die bei Ihnen steht. Und arbeitet hier perfekt dann und reinigt Ihre Böden ab. Der saugt alles ein in einen Staubauffangbehälter, der da drin ist. 200 Milliliter, da wird der ganze Schmutz dann drin aufgefangen. Den können Sie einfach in Ihren Mülleimer dann wieder ausleeren. Ja, so einfach geht das Ganze. Und Sie haben hier im unteren Teil dann ein Mikrofasertuch. Dieses Mikrofasertuch nimmt dann auch perfekt den Schmutz noch zusätzlich auf. Da haben Sie die Möglichkeit, dann auch hier wunderbar zum Beispiel dieses Mikrofasertuch auch noch zu befeuchten, wenn Sie möchten, wenn da mal festsitzender Schmutz ist. Und da werden dann auch noch so kleine Härchen oder Staubpartikel mit aufgenommen. Dieses Mikrofasertuch, schauen Sie, das ist angeklettet. Das können Sie auch abnehmen. Jederzeit in die Waschmaschine stecken, wenn Sie das möchten. Das ist ganz toll gemacht. Also kann man nutzen, muss man aber nicht. Wie man das möchte, ist aber halt ideal, auch wenn Sie zum Beispiel Haustiere haben, gerade bei Katzen oder Hunden. Dann werden die Haare da noch zusätzlich mit aufgenommen. Was mich auch begeistert, ist der Preis. 85,41 Euro. Bei aller Liebe, liebe Zuschauer. Fins auf Butz, da kommen wir später dazu. Aber Staubsaugerroboter gibt es wirklich viele. Aber ganz ehrlich, für 85,41 Euro ist das hier unser kleines Preis-Leistungswunder. Sie brauchen keine Staubsaugerbeutel mehr nachkaufen. Man hat ja auch keine komplizierte Bedienung. Man hat lediglich ein einziges Knöpfchen, wo man draufdrücken muss. Und dann geht der hier sofort los. Ich finde das so genial. Also einmal hier draufdrücken. Und das ist natürlich der Wahnsinn, was wir Ihnen hier heute anbieten dürfen. Und da legt der dann gleich los. Also wenn man sich nicht sicher ist, ist das was für mich. Bei 85 Euro einfach austesten. Der ist super zuverlässig. Und dann haben Sie einen tollen Roboter, der dann hier gleich für Sie putzt und für Sie reinigt. Und das macht er ganz hervorragend. Setzen Sie ihn einmal in die Mitte des Zimmers. Dann fängt er an, mit einem speziellen Reinigungsprogramm zu arbeiten. Der hat ein Reinigungsprogramm vorgesehen. Der bewegt sich erst 12 Minuten in Ihrem Zimmer. Ganz hervorragend. Ist geeignet übrigens für alle harte Böden. Fährt dann so ein bisschen kreuz und quer am Anfang. Dann fängt er an mit runden Bewegungen und reinigt mit runden Bewegungen alles hervorragend ab. Und dann macht er noch ein Zickzack-Muster am Ende seines Reinigungsprogrammes, wo er auch die Wände nochmal schön abfährt. Also ein sehr intelligentes Muster, das hier vorgefertigt ist. Durch seine flache Bauweise. Wir sehen ihn hier gerade. Schauen Sie mal, da sehen Sie auch schön diese Sensortechnik, die er hat. Durch seine flache Bauweise kommt er halt auch mal sehr gut zum Beispiel unter Möbel drunter. Das ist überhaupt kein Problem. Also auch wenn Sie jetzt so eine Couch haben, schauen Sie. Da fährt er ohne Probleme auch selbstständig dann drunter und reinigt auch da drunter. Da kommt man ja mit dem normalen Staubsauger normalerweise nie hin. Da müsste man sich ja immer total bücken. So ein Reinigungsroboter fährt da selbstständig drunter und reinigt das hervorragend ab. Das macht er alles ganz, ganz brav. Und wenn Sie da zum Beispiel dann auch ein Bett haben oder sowas, da fährt er mit drunter. Das macht er auch hervorragend. Also hier ein Modell für alle Hartböden bestens geeignet. Fliesen, Parkett, Laminat, Steinboden. Das reinigt er sehr schön. Gerade dann natürlich auch durch dieses Mikrofasertuch. Ich zeige Ihnen das nochmal, dass Sie im unteren Teil haben, dass Sie hier auch noch befeuchten können, wenn Sie möchten. Dass dann auch zusätzlich noch den Staub aufnimmt. Ist das natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Hier haben Sie einen tollen Reinigungsroboter, einen Staubsaug- und Wischroboter für so kleines Geld. Der leise, der toll arbeitet, der saugt übrigens 60 Minuten mit einer Akkuladung. Das ist ordentlich. Also das ist wirklich ordentlich. Sie müssen nicht dabei sein. Ja, das mit dem Fuß habe ich Ihnen jetzt nur gezeigt, damit Sie sehen, selbst wenn da jetzt irgendeine Wand ist, dann nimmt er eben die nächste Richtung ein. Also es ist wirklich superintelligent. Und nochmal bei dem Preis von 85 Euro, das ist wirklich phänomenal. Da muss man einfach zugreifen, da kann man nicht widerstehen, weil es sei denn, man sagt natürlich, ich mache super gerne Hausarbeit, dann wollen wir Ihnen natürlich nichts wegnehmen. Also da brauchen Sie ja nichts zu schlagen, aber ich vermute mal 90 Prozent sagen, naja, Staubsaugen ist nicht so meins. Und jetzt haben wir ein fantastisches Modell, gerade wenn Sie Kinder haben, wenn Sie Haustiere haben. Wenn man auch wirklich sagt, Mensch, die Kinder, die essen auch ganz gerne mal vom Fußboden, das machen Kinder eben so. Also da haben wir jetzt ein Modell der Extraklasse zu einem Wahnsinnspreis für Sie mitgebracht. Ja, und der wartet hier schon. Der hat nämlich so eine tolle Ladestation mit dabei. An der ist er hier momentan gerade in Parkposition sozusagen. Das ist seine kleine Parkgarage. Und der hat eine Fernbedienung mit dabei. Mit dieser Fernbedienung können Sie ihn dann auch jederzeit steuern. Oder hier an diesem übersichtlichen Display. Das ist so eine Touchbedienung, die dann hier stattfindet. Aber natürlich auch ganz bequem vom Sofa aus oder vom Sessel aus mit der Fernbedienung. Und der hat eine Reinigungszeit jetzt bei Ihnen in der Wohnung von 90 Minuten. Das ist natürlich hier schon mal eine Sensation. Also der reinigt 90 Minuten. Und ich zeige Ihnen direkt mal, wie der startet, weil das ist wirklich spektakulär. Der hat jetzt hier auch diese ganz tollen Borsten unten dran. Und Sie sehen direkt, wie der hier losfährt. Und dem machen jetzt auch Teppiche überhaupt nichts aus. Also der fährt auch an Teppichen hervorragend lang. Arbeitet die Teppiche sogar noch sehr schön aus. Sie sehen das. Es gibt hier unterschiedliche Reinigungsmodi. Sie können ihn aber auch mit der Fernbedienung sehr präzise steuern, wenn Sie möchten. Schauen Sie sich das mal an. Das ist wirklich hervorragend. Und dann macht er das hier alles ganz, ganz toll. Wir können ihn überall hinfahren lassen, wo wir möchten. Aber ihn natürlich auch mit den unterschiedlichen Reinigungsprogrammen dann gezielt steuern. Auch hier wieder diese tolle flache Bauweise, die wir haben. Und ich halte Ihnen nochmal an. Wir haben hier was ganz Besonderes. Das möchte ich Ihnen einmal zeigen. Hier diese Sensorlippe im vorderen Teil, ringsherum natürlich. Die hier sehr schön auch alle Gegenstände erkennt. Hindernisse erkennt schon einmal im Voraus. Dann auch hier wieder der Staubauffangbehälter im Inneren, den man jederzeit entleeren kann. Das heißt auch hier keine Folgekosten. Einfach herausnehmen und in den Mülleimer entleeren. Da ist sogar ein HEPA-Filter integriert. Schauen Sie mal. Ganz wichtig für Allergiker, für sensible Menschen. Hier wird Hygiene groß geschrieben bei diesem Staubsauger. Und das sehen wir auch hier im hinteren Teil. Denn das ist das einzige Modell von unseren Reinigungsrobotern, die wir haben, das hier eine UV-Lampe hat. Diese UV-Lampe ist ganz, ganz wichtig jetzt für Ihre Hygiene zu Hause. Weil diese UV-Lampe, dieses UV-Licht, das hier entsteht dann, das können Sie jederzeit zuschalten, reinigt Ihre Böden wirklich hygienisch. Sie kennen wahrscheinlich UV-Licht von den Ärzten. Gerade vom Zahnarzt zum Beispiel, da werden ja alle Geräte, die der benutzt, auch mit UV-Licht gereinigt. Und so eine UV-Lampe, so eine professionelle, ist hier jetzt unter Ihrem Reinigungsroboter, damit hier die Böden dann auch perfekt von Bakterien, von Keimen, von Viren gereinigt werden. Ihre Böden sind, wenn Sie diesen Reinigungsroboter jetzt zu Hause haben und dieses UV-Licht zuschalten, immer hygienisch sauber, weil hier Keime, Viren und Bakterien direkt abgetötet werden. Hier wird gesaugt, aber auch gleichzeitig wirklich hygienisch gereinigt, dank dieser UV-Lampe. Das ist der absolute Vorteil. Und Sie lassen den einfach laufen. Der fährt 90 Minuten ganz selbstständig, auch programmierbar durch Ihre Wohnung und reinigt dabei wirklich hygienisch. Und ich zeige es Ihnen nochmal, wenn Sie den jetzt angeschaltet haben und der mal merken sollte, oh, mein Akku ist schwach, ja, ich muss vielleicht wieder zur Station zurückfahren, ja, dann macht er das auch ganz selbstständig. Ich zeige Ihnen das mal, ja. Dann fährt er selbstständig an seine Ladestation zurück. Der erkennt seine Ladestation und fährt dann hier ganz von alleine an seine Ladestation und lädt sich da dann wieder auf. Das macht er hier ganz, ganz selbstständig. Das ist doch eine tolle Sache, oder? Ja, und das Beste ist natürlich auch der Preis. Denn wir haben heute einen speziellen TV-Sonderpreis für Sie vorbereitet von 189,91 Euro. Das ist ein wahnsinnskracher Preis, liebe Zuschauer. Wenn man bedenkt, die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt hier bei 400 Euro. Der kommt komplett versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Das hier ist seine Ladestation, die hat er jetzt gefunden. Die ist im Preis auch mit dabei. Die Fernbedienung gibt es natürlich auch mit dazu. Und die UV-Lampe. Und das finde ich wirklich so toll. Und man hat ja auch keine Folgekosten mehr. Man braucht keinen Staubsaugerbeutel mehr nachkaufen. Es ist wirklich ein Helfer in jeder Hinsicht. Nicht nur für Fliesen, Parkett und Laminat, auch für Teppiche. Und wir reden jetzt nicht nur von diesen ganz kurzflurigen Teppichen. Das hier ist wirklich eine Herausforderung. Den Teppich, den wir Ihnen hier gerade gezeigt haben, das sind richtig hochflurige Teppiche. Und das schaffen die allerwenigsten Staubsaugerroboter. Unsere schon. Für 189,91 Euro kommt er innerhalb zwei, drei Werktage zu Ihnen nach Hause. Seien Sie da wirklich schnell. Weil dieses Modell ist bei uns besonders beliebt, weil er eben die UV-Lampe hat. Und schauen Sie, damit bekommt man das wirklich auch frei von Keimen, von Bakterien. Ja, man denkt immer, alles ist sauber, aber gerade wenn man Kinder vielleicht auch hat, wenn er mal was auf dem Fußboden fällt und jetzt vom Fußboden essen oder sie vielleicht Tiere haben, die eben auch mit in der Wohnung herumlaufen, dann ist das doch wunderbar. Und dann hat man auch so ein sauberes Gefühl. Ich finde das immer so schön, wenn man gerade frisch geputzt hat, dieses saubere Gefühl. Und jetzt ist der Fußboden sauber, der Teppich ist sauber und die Fensterscheiben. Ja, ich sehe das jetzt immer wieder, jetzt wo die Sonne auch häufiger rauskommt. Man denkt immer, man hat geputzt und dann scheint die Sonne da rein. Und dann hat man wirklich Schlierfilme ohne Ende und denkt sich so, die Nachbarn, die dürfen jetzt aber nicht zu Besuch kommen und die Schwiegereltern auch nicht. Wir zeigen Ihnen, wie das viel professioneller geht, ohne einen Schweißtropfen dafür zu vergießen. Ja, genau. Ich habe nämlich zwei Fensterputzroboter hier für Sie mitgebracht. Das erste Modell, das wir hier zeigen, ist ein ganz professionelles Modell mit einer speziellen Vibrationstechnik. Sie haben Fenster zu Hause, die richtig dreckig sind. Sie wohnen vielleicht in einem Gebiet, wo es starken Pollenbefall gibt, weil draußen vor Ihrem Haus viele Bäume stehen. Und da setzt sich dieser kleine Blütenstaub, der ja so ein bisschen klebrig ist an Ihren Fenstern fest, den kriegt man ganz schwer ab. Sie haben vielleicht da auch immer Fenster, wo vielleicht viele Autos an der Straße langfahren, die so richtig voll sind von Staub. Vielleicht auch viele Vögel, die da immer dran machen. Ihre Fenster sind richtig dreckig. Dann brauchen Sie natürlich einen Fensterputzroboter, der da auch mit aller Kraft und Härte rangeht an diesen Schmutz, der an Ihren Fenstern ist. Und das ist dann Ihr Modell dazu, weil hier haben wir einen Fensterputzroboter, der mit Vibration arbeitet, der hier festsitzenden Schmutz sehr schön weg- und abarbeitet. Das ist ganz wichtig. Also wenn Sie festsitzenden Schmutz haben an den Fenstern, der so ein bisschen klebrig auch gerne ist, der wirklich hartnäckig ist, könnte man sagen. Hartnäckigen Schmutz, wo Sie wirklich auch beim Fenster putzen. Ich meine, Sie wissen ja selber, wie Ihre Fenster normalerweise schmutzig sind, wie Sie da auch am Ackern sind. Und da ist man ja wirklich dann beim Fensterputzen richtig angestrengt. Anne, du kennst es auch, man muss in die Knie gehen und man ist da wirklich am Schuften und man ist ja fertig, fix und fertig schon nach einem Fenster. Das hier, das ist die Lösung, weil dieser Fensterputzroboter wirklich mit Vibration arbeitet. Hier haben wir zwei unterschiedliche Mikrofaserpads. Das erste im oberen Teil, das können Sie auch immer auswechseln. Da sind auch Ersatzpads im Lieferumfang mit dabei, die hier den Schmutz sehr schön abarbeiten. Sie können hier auch ein bisschen Reinigungsmittel auftragen. Das untere Pad hier. Und dann sind hier Sensoren verarbeitet, die hier natürlich auch dann sehr gut das Fenster, an das Sie den Fensterputzroboter ansetzen, erkennen. Dann natürlich auch sich die Reinigungswege selber erarbeiten mit dieser Sensortechnik. Wir schauen uns das Ganze einmal an am Fenster. Da sieht man das nämlich sehr gut. Ich setze ihn direkt mal nach außen ans Fenster, weil das werden Sie wahrscheinlich dann auch. Sie können ihn natürlich auch nach innen setzen. Aber das ist wirklich hier etwas, das ganz fantastisch ist und was da natürlich sensationell ist, wenn man sich das Ganze anschaut. Hier bei diesem Reinigungsroboter mit dieser super Technik. Ich nehme einmal die Fernbedienung. Eine Sekunde, um das Ganze anzuschauen. Das ist nämlich wirklich etwas ganz, ganz Spezielles. Hier, der saugt sich dann mit einem Unterdruck dementsprechend fest. Und dann fängt er an mit der Reinigung, die wir hier haben. Eine Sekunde, so das Ganze und dann geht das los. Einmal angeschaltet mit der Fernbedienung und schon fängt er an mit der entsprechenden Reinigung, die wir hier haben und legt dann dementsprechend los. Schauen Sie mal, sehen Sie das, was er macht? Mit seiner Lippe fährt er nach oben oder nach unten. Man sieht auch sehr gut die Sensortechnik dementsprechend, mit der dann das Fenster hier sehr schön, beziehungsweise den Schmutz sehr schön abarbeitet. Vor allem für 237,41 Euro, gerade bei unseren Fensterputzrobotern. Die sind ja ständig auch ausverkauft, weil hier steht nicht das Geld oder das Gerät an sich im Vordergrund, sondern ich finde, hiermit bekommt man Lebensqualität nach Hause, wieder mehr freie Zeit für sich selbst und vor allen Dingen Sicherheit. Ich habe schon so viele Artikel gelesen, dass Fensterputzen zu einer der gefährlichsten Hausarbeiten überhaupt gehört. Weil, wenn man hohe Fenster hat, da steigt man auf eine Leiter oder auf einen klapprigen Stuhl und dann stürzt man vielleicht auch. Oder man hat eben diese riesen Terrassenfenster, wo du wirklich dann auf den Knien putzen musst, kommst ganz schwer wieder hoch und es ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Danach hat man Rückenschmerzen und das gehört ab sofort der Vergangenheit an. Und mich erinnert ja immer an so einen kleinen Putzerfisch, ne? Ja, das sieht wirklich aus wie so ein kleiner Putzerfisch und Sie sehen, wie diese Lippe hier hin und her fährt. Da wird halt festsitzender Schmutz sehr schön abgerubbelt, abgearbeitet. Das andere Mikrofasertuch fährt noch hinterher, nimmt noch das, was abgerubbelt ist, dann direkt mitreinigt das sehr schön nach. Also das hier wirklich für festsitzenden Schmutz. Und Sie sehen, Sie können das problemlos überall verwenden, im Außenbereich, im Innenbereich ist der wirklich ideal. Auch wenn Sie große Fensterflächen haben, können Sie den sehr schön verwenden. Gerade bei hartnäckigen Verschmutzungen, wenn Sie Fenster haben, die sehr stark verschmutzt sind, würde ich diesen Roboter hier empfehlen. Vor allem, Anna hat es gerade gesagt, der ist momentan lieferbar. Da können Sie den jetzt auch innerhalb von zwei bis drei Tagen dann direkt zu Hause haben und auch einsetzen. Die Bestellnummer für unseren Putzerfisch, das ist die NX 6835 und die 569, kommt auch hier mit allem Zubehör zu Ihnen versandkostenfrei nach Hause für 237,41 Euro. Hiermit holen Sie sich mehr freie Zeit, mehr Sicherheit und vor allen Dingen auch perfekt geputzte Fensterscheiben. Und perfekt ist auch unser nächster Fensterputzroboter. Da muss ich jetzt allerdings sagen, wir müssen sie vorbestellen, weil der ist momentan vergriffen. Ja, man merkt das. Jetzt geht wieder so die Frühjahrszeit los, die gelben Pollen, der sogenannte Frühjahrsputz. Und der ist derzeit vergriffen, kommt aber innerhalb weniger Wochen wieder, keine Sorge. Aber am besten jetzt vorbestellen, weil dann sichern Sie sich den TV-Sonderpreis. Ein Drittel der Nachbestellung ist jetzt schon reserviert. Das heißt, sichern Sie sich den jetzt noch, ansonsten ist der vielleicht lebenslang ausverkauft, weil der ist wirklich sehr, sehr stark nachgefragt. Aber warum? Was ist das Besondere an diesem Modell? Hier ist natürlich ein ganz tolles Modell, das auch Auszeichnungen bekommen hat auf der Erfindermesse in Nürnberg. Die Goldmedaille bekommen für diese tolle Technologie, die wir hier haben. Sie sehen das schön, dieses eckige Design auch. Hier auch Drucksensor und Lasersensortechnologie, die wir hier haben. Ein eckiges Mikrofasertuch. Sie bekommen im Lieferumfang diese gelben Mikrofasertücher und auch blaue Mikrofasertücher mit dazu, die hier wirklich wunderbar dann die Fensterscheiben abreinigen. Gelb, was ich jetzt hier benutze, Sie sehen das, Sie können das auch immer abkletten und dann in die Waschmaschine stecken und wiederverwenden. Gelb ist jetzt für die Feuchtreinigung gedacht. Können Sie hier mit ein bisschen Reiniger verwenden. Auch ganz bisschen, nur ganz bisschen Fensterreiniger hier vorne in die Ecken. Und der Einsatz, der ist wirklich kinderleicht. Deshalb ist er wahrscheinlich auch so beliebt. Ich setze ihn hier einfach mal gegen. Wir lassen mal beide hier nebeneinander arbeiten. Auch hier einfach ansetzen. Saugt sich automatisch am Fenster fest. Auch hier dann die Fernbedienung, die Sie im Lieferumfang mit dabei haben. Und dann können Sie den jederzeit mit der Fernbedienung dann starten. Und schon geht das Ganze los. Der fährt automatisch das Fenster ab. Die Reinigungsroboter, die melden sich jederzeit, wenn die mit der Reinigung fertig sind. Sie sehen das. Der hier ist jetzt fertig und sagt, Achtung, ich habe das Fenster einmal komplett gereinigt. Und dann stoppt er automatisch. Das heißt, ich kann den jetzt hier einfach hier runternehmen vom Fenster. Und der ist dann komplett mit der Reinigung fertig. Das ist hier wirklich eine tolle Sache. Das heißt, die melden sich immer jederzeit. Und dann kann man die abnehmen. Und dann sind die mit der Reinigung durch. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch bei diesen Reinigungsrobotern. Das ging aber ziemlich schnell jetzt. Also der war sehr, sehr schnell fertig. Also wahnsinnig schnell ist der auch. Und das ist ja das Besondere, dass man eben damit auch viel schneller fertig ist, als wenn man ja jetzt selbst putzen muss. Weil man muss ja auch bedenken, bei einer Fensterscheibe musst du ja trotzdem zweimal putzen. Immer von vorne und von hinten. Genau, also das Modell, was wir eben gezeigt haben mit der Vibration, schafft 0,21 Quadratmeter in der Minute. Das andere Modell hier 0,41 Quadratmeter in der Minute. Also der ist noch mal schneller als das Modell, sogar was wir vorher gezeigt haben. Das ist natürlich ein unglaubliches Tempo. Das schafft man sonst gar nicht beim Fenster putzen. Das ist wirklich super praktisch. Und dieses Modell jetzt hier ist natürlich auch sehr, sehr beliebt, weil Sie das nicht nur an Ihren komplett normalen Fensterscheiben einsetzen können, sondern Sie haben hier auch die Option, es an zum Beispiel Spiegeln einzusetzen oder an gefließten Flächen, wenn Sie möchten. Also Sie haben hier unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. Das ist jetzt wie so ein Universalreinigungsroboter. Und ich denke, auch deshalb ist er so beliebt und deshalb wird er so zahlreich bestellt. Das ist hier natürlich ein Riesenvorteil. Man kann ihn zur Fensterreinigung perfekt verwenden, aber auch zum Beispiel dann an einer gefließten Fläche im Badezimmer oder natürlich auch im Schlafzimmer, wenn Sie dann eine große Spiegelfläche haben oder überall anders, wo man noch Flächen hat. Wir können das ja mal zeigen. Ich nehme den hier einmal runter, dann kann der hier erstmal kurz geparkt werden. Zum Beispiel, wenn Sie so eine gefließte Fläche haben, sei es jetzt in der Küche oder im Badezimmer zum Beispiel, auch da können Sie ihn ganz einfach ansetzen und dann kann der wunderbar mit der Reinigung beginnen. Auch hier einfach mit der Fernbedienung starten. Und dann sieht man auch hier sehr schön, dass diese Sensortechnik halt wirkt. Der fährt automatisch an der Fläche, erkennt natürlich auch, wenn eine Kante irgendwo ist, zum Beispiel auch jetzt mal für Ihre Duschkabine. Da ist das auch eine Idee. Also auch die können Sie selbstverständlich sehr schön reinigen. Gefließte Flächen, Glasflächen, das ist überhaupt kein Thema. Und Sie sehen auch, wie gut der an die Kanten fährt. Also wie toll der eine Kante hier abreinigt. Das macht er wirklich perfekt. Überall können Sie ihn wunderbar verwenden. Bis unten an die Kante hin wird super gereinigt. Und der erkennt es wirklich sehr schön. Schauen Sie mal. Und da geht er natürlich auch mehrere Male an der Kante lang, um das gründlich zu machen, um das perfekt zu machen. Also das ist wirklich ein kleiner Perfektionist. Sie sehen das hier unten nochmal schön die Kante reinigen. Das könnte jetzt zum Beispiel Ihr Spiegel sein. Oder Ihr Fenster. Oder Ihre Duschkabine. Oder wo auch immer. Ja, gerade in der Küche, wenn man kocht, da spritzt es auch ganz gerne mal mit Fett. Ja, da ist es auch wichtig, dass man da was hat, wo man auch weiß, da kann ich mich drauf verlassen. Etwas, was sehr gründlich auch reinigt. Wie gesagt, der ist momentan vergriffen. Den können Sie jetzt vorbestellen, 26.04., dann ist er endlich wieder verfügbar. Aber warten Sie nicht so lange, weil ein Drittel der Nachbestellung ist jetzt schon vergriffen. 284 Euro, ein super Preis, versandkostenfrei. Natürlich die Reinigungstücher, alles bekommen Sie mit dazu, die Fernbedienung. Es ist ein absoluter Kracherpreis. Und es sind natürlich auch Helfer. Helfer in jeder Situation, ob für den Fußboden oder fürs Fenster. Und wir fassen für Sie nochmal zusammen. Mit unserem kleinen Preis-Leistungs-Wunder haben wir begonnen. Das ist ein ganz neuer Staubsauger-Roboter, den wir hier für Sie haben. Für nur 85,41 Euro. Das ist mal ein richtiges Preis-Leistungs-Wunder. So was Günstiges habe ich wirklich noch nie gesehen. Und der saugt und wischt Ihre Wohnung 60 Minuten lang, ultra verlach und ganz leise. 60 Minuten wird bei Ihnen zu Hause gewischt und gesaugt für 85,41 Euro. So was Tolles, Günstiges. Jetzt hier für Sie. Ja, probieren Sie es aus. Das ist wirklich toll. Mit der NX315 und der 569. Das ist die Bestellnummer für unser erstes Modell. Auch super einfach in der Bedienung. Es gibt nur ein Knöpfchen, da kann man nichts falsch machen. Oder Sie sagen, Mensch, ich bin eine große Familie. Ich habe Kinder, ich habe Haustiere oder ich habe eben einfach viel zu tun. Dann ist unser Profi-Staubsauger-Roboter genau das Richtige für Sie. Der ist natürlich richtig hygienisch und sauber unterwegs. Dank dieser UV-Lampe auch im unteren Teil. Die Staubbürstchen dann noch. Es gibt Reinigungsprogramme für Sie. Sie können einen 7-Tage-Putzplan programmieren. Aber das UV-Licht ist hier entscheidend, dass einfach Viren und Bakterien dann auch hier eliminiert. 11 Sensoren sind verbaut, die hier Hindernisse erkennen. Da sehen wir es auch sehr gut. Der saugt und bürstet. Ein ultraflaches Design. 90 Minuten Laufzeit. Inklusive Ladestationen kommt er zu Ihnen nach Hause. NC 5725 und die 569 ist die Bestellnummer für unseren Profi, der einfach alles schafft. Selbst hier unseren hochflorigen Teppich im Studio. Auch das ist für den gar kein Problem. Und versandkostenfrei kommt er auch doch zu Ihnen nach Hause. Wenn Sie sagen, Mensch, die Fensterputz-Roboter, die haben mir super gut gefallen. Auch da hatten wir zwei verschiedene Modelle für Sie. Mit unserem Putzerfisch haben wir begonnen. Der Putzerfisch ist das Modell mit der Vibrationsreinigung. Und der reinigt wirklich sehr effektiv. Vor allem, wenn Sie da auch ganz hartnäckigen Schmutz am Fenster haben. Das Besondere ist, der ist momentan lieferbar. Der ist verfügbar. Wenn Sie jetzt bestellen, ist der innerhalb von zwei bis drei Tagen auch bei Ihnen zu Hause. Und das Vorher-Nachher-Ergebnis spricht da für sich. Das kann sich definitiv sehen lassen. Die Bestellnummer ist die NX 6835 und die 569. Nie wieder irgendwie schwere Wassereimer schleppen oder dann noch zigtausend Reinigungsmittel benutzen, damit man das Streifen frei hinbekommt. Das macht der von alleine. Und wenn Sie sagen, ich will das Profi-Modell. So viele Kunden können ja nicht lügen. Irgendwas muss da hier sein, wenn der ständig ausverkauft ist. Probieren Sie es doch mal aus. Ja, das ist natürlich ein Riesen-Highlight. Da müssen Sie bitte direkt vorbestellen. Der ist hier wirklich sensationell für Ihre Fenster, für Innen und Außen, aber auch zum Beispiel für gefließte Flächen, für Spiegelflächen, für Ihre Duschkabine ist der bestens geeignet. Egal, ob Sie da so eine Acrylplastik- oder eine Glasduschkabine haben. Denn der erkennt mit seinen Sensoren auch rahmenlose Flächen hervorragend. Also der ist heiß begehrt. Sie bekommen im Lieferumfang die blauen und auch die gelben Reinigungspads, jeweils drei Stück mit dazu. Das ist natürlich jetzt hier ein Riesenangebot. Und mit Ihrer Vorbestellung jetzt sichern Sie sich auf jeden Fall auch den TV-Sonderpreis beziehungsweise dann auch direkt hier einen Platz auf der Liste bei uns hier. Das ist natürlich ein super Angebot. Die bestellende Messie N10 3909 und die 569 für einen Wahnsinnspreis heute. Der TV-Sonderpreis, der geht jetzt um die nächsten zwei Stunden. Und wie gesagt, innerhalb weniger Tage ist er dann auch endlich wieder zurück. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Der wurde uns aus den Händen gerissen, weil alle wirklich sagen, Mensch, Fensterputzen. Also es gibt ja wirklich unschöne Hausarbeiten, aber Fensterputzen ist so das, was überhaupt keinen Spaß macht. Und gefährlich auch noch. Ja, ich meine, beim Staubsaugen, das ist lange nicht so gefährlich, aber Fensterputzen, das ist schon wirklich eine Herausforderung. Gehen Sie jetzt zum Telefonhörer, rufen Sie an und sichern Sie sich wertvolle Zeit. Viel Spaß.